Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3, jawoll. Ja, ich wollte am Freitag, nee, am Donnerstag noch eine Folge aufnehmen und dann ist das Spiel abgeschissen und dann hatte ich keine Zeit mehr. Und jetzt machen wir hier weiter. Ich hoffe, dass ich das letzte Mal hier aufgehört habe. Ich weiß es nämlich gar nicht so ganz genau. Ähm, da ich ja meistens Wochenende mit Spawnies die Projekte aufnehme. Ja, da oben drauf sind wahrscheinlich noch... Oh. Oh Jungs. Oh. Paradies am Arsch. Paradies am Arsch, ja. Das würde ich wohl auch mal sagen. Die greift mich nicht an. Da habe ich wohl mal richtig Glück, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Dann wollen wir uns mal Gedanken machen, wie wir weiter vorgehen. Entweder da oder da. Da oder da. Da oder da. Ich würde sagen, wir nehmen uns das hier vor. Ne, das ist Prüfung des Rakett. Das machen wir später, wenn wir dieses Gebiet hier freigeschaltet haben. Wurde ich sagen. Oder machen wir das jetzt. Dann machen wir es später. Wir fahren. Wir fliegen. Wir fliegen. Wir fliegen zum nächsten Stützpunkt. Ab geht's. Juhu. Juhu. Das Gebiet gucke ich mir jetzt erstmal genauer an. Na, was ist los hier? Und eine Segeltour. Juhu. Juhu. Alles mit Bäumen umgeben. Das wird nicht so einfach, das einzunehmen, glaube ich. Okay, wir landen mal hier. Ups. Okay, ich weiß zwar nicht, warum er jetzt das Ziel weggenommen hat. Irgendwie das ist Sperrgebiet. Ich stand da einfach nur. Okay, wir haben hier eine Alarmanlage. Und da hinten eine Alarmanlage. Alles klar. Jetzt werden wir die mal alle abscannen hier. Zang, 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 zang. Wo seid ihr alle? Da sind nicht viele. Du, dai, du, dai. Okay. Okay, wir müssen es auf jeden Fall schaffen. So, dass die uns diesmal nicht wahrnehmen. So. Oh, hallo. Okay, das könnte geklappt haben. Junge. Junge. Schuss, der Hände. Den hat jemand übel zugerechnet. Heilige Schein. Ich hole ihn dir. Eins ist aus. Zwei ist aus. So, das war jetzt erstmal wichtig. Alles klar, den haben wir. Den haben wir auch. Die fahren weiter. Das ist sehr schön. Hä? Wo bist du? Hä, du, Alter? Wo ist er hin? Hä? Ja, wo? Wo ist er hin? Leute, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich gebe dir gar nicht mal. Motherfucker, du blöde Drecksau. Hier ist doch gar keiner. Leute, der ist doch buggy oder so. Wo ist er hin? Wo ist er? Wo ist er? Hier sitzt er doch irgendwo fest. Ich habe mich doch vorhin gesehen. Leute, der sitzt doch irgendwo fest. Was habe ich denn jetzt für einen scheiß Bug? Das kann doch jetzt so ein schlechter Scherz sein, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ja, der sitzt da drinnen fest und kommt nicht raus. So sieht das zumindest aus. Jetzt hat er mich wenigstens schon mal gesehen. Und er hat auch geschossen. Also muss er ja hier irgendwo sein. Ich gebe Alarm. Ja, Leute, tut mir echt leid. Aber ich suche den jetzt wie so einen Trottel hier. Komm runter. Und wo schießt der? Ja. Hahaha Hier gibt's doch mit Sicherheit eine Tür, Leute, oder? Also es gibt mir gerade ganz schön auf die Eier Ich könnte hier gerade Ich gebe Alarm Furcht der Geier Ja, da komme ich irgendwie nicht rein Keine Ahnung, das ist wohl mal wieder übelst buggy gerade Leute, er schießt mich Irgendwas ist hier buggy, Leute Keine Ahnung, Leute Ich weiß es wirklich nicht Elf Minuten Scheiße gerade Oh Mann, ey Es geht ja gut los hier heute auf dem Montag, ey Vorhin bei eure Truck Simulator 1 zurecht gegurkt So, dann wollen wir da noch mal hinfliegen Es geht ja gerade gar nicht Aua Dann wollen wir halt alles noch mal von vorne machen Zack, 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 zack Okay Ja, sorry dafür Aber kann ich ja wirklich nichts Ja, dran ändern So, wir gehen das gleiche Prinzip noch mal vor Hier durch Ich weiß Ich weiß Oh, ein Headshot. Jawohl. Ja, Leute. Eine runde Buggy-Alarm gehabt. Muss man jetzt wirklich mal sagen. Aber gut. Das war der allererste akzeptabel, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das war der erste richtige Buggy-Moment, den ich jetzt wirklich in dem Spiel mal hatte. So, das wäre jetzt wirklich mal einfach. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Da haben wir noch ein. Leiche, Leiche, Leiche durch so ran. Jawollah. Haben wir. Hier auch. Alles klar. Haben wir. So, dann wollen wir mal hier reingehen. Und ich schätze mal, dass er da drinnen festgesessen hat. Zumindest hatte ich so dieses Gefühl. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Dann wollen wir hier mal anderen Safe gehen. Money, Cione kaufen. Jawollah. Dann hier. Schnaufer-Kauf machen. Ja, wir haben wirklich nicht viel, viel Geld mehr. Aber gut, was soll's. Nächste Aufgabe hätten wir hier. Zwei Wildjagde. Ja, die werden wir auf jeden Fall im nächsten Video machen. Ja, sorry dafür, dass es so Buggy war. Ähm. Ich lasse das einfach mal. Vielleicht weiß ja auch einer, wo der vielleicht gestanden hat. Vielleicht war ich ja auch einfach nur blind. Könnte ja gewesen sein. Aber ich glaube nicht in dem Sinne. Ja, ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Farquay 3. Mein Name ist Labur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.